hallo mein lieben freunde und herzlich willkommen zurück bei darksiders 2 um gott ist das laut eine sekunde so das muss jetzt besser sein ja zumindest auf meinen ohren wenn es bei euch nicht gut ist sorry ja wo waren wir denn stehen geblieben und wo mussten wir überhaupt noch mal hin das habe ich hier muss jetzt hier wieder kämpfen doch wir mussten hier lang oder mir gerade nicht mehr ganz sicher nicht ganz ehrlich noch keine zeit gefunden zu diesem zeitpunkt irgendwas hochzuladen das kann ich alles erst ab nächster woche machen also ab dem 18 naja kommt wieder ist ab ab den 18 19 er hätte auch erst ab dem 20 muss ich mal gucken dass alles hinbekomme werden dann wieder neue folgen kommen und darksiders und hoffentlich auch wieder ein paar neue projekte langsam ich meine daxer das ist nett aber ich würde schon ganz gerne wieder ein bis zwei projekte ein bis zwei projekte auf dem kanal laufen lassen und darksiders müssen wir jetzt ja auch so gut wie ruhig haben eigentlich wenn mich nicht alles täuscht ich weiß noch gar nicht wohl dank ich muss hier also darf hoffen mal die weg ja wie schon gesagt also ich denke mal darksiders 2 sollte jetzt eigentlich auch nicht mehr allzu lange gehen wir sind schon relativ weit ich glaube man kann sagen wir haben schon zwei von drei der steine hier komme ich jetzt daran dass die nächste frage ein baum des lebens und so haben wir ja auch schon der bezeit baum des todes gefunden also ich denke darksiders 2 sollte sich jetzt auch lange zu Ende neigen und dann werde ich auch gucken was denn so als nächstes auf der liste steht ich habe dann natürlich noch ein paar ideen noch ein zwei spielereien die ich fortsetzen muss aber lachen schöner ok zeigt mir gleich wen tötet ganz entspannt aua 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 stop sie wo das ne ja und wie ich gewinnen werde aua der hat sich das ist ein ganz wieser trick gewesen von ihm anwalt ich möchte zum beispiel die tümpel der reihe langsam mal abschließen beziehungsweise weiter fortführen es war ja auch das nebenan und das erste let's play was ich aufgenommen habe ich werde nochmal ein zwei demos irgendwie anspielen ok jetzt weiß ich also sie können sich auf jeden fall sehr flott bewegen und natürlich ne was man nicht ah verdammt ok was kann ich vergessen darf ich muss auch noch elgenring und so weiter zu ende streamen und raft und borderlands ja die die liste ist schon sehr lang ich konnte zumindest bevor ich jetzt den gezwungenen umzug hatte im chaos theory modus abschließen also ohne ohne das update mit dominion logischerweise das war zu dem zeitpunkt ja noch gar nicht draußen aber ich bin doch ausgeglichen arschloch dauer bin ich hat zumindest sehr froh schon mal das ist nur kurz hier raus bitte danke so mal kurz hier ein bisschen ausweichen und ein bisschen raum gewinnen so wenn ich eigentlich mal ein bisschen mehr ruhe habe und alles ne dann 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 wird das auch hoffentlich jeder besser sehr viele umzüge letzter zeit der eine freiwillig der andere nicht so dann das internet nicht funktioniert und 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 es ist schon sehr sehr lästig und dadurch dass ich natürlich auch arbeite und sehr wenig zeit habe habe ich es auch leider nicht hinbekommen er ist am letzten vier fünf sechs wochen die zeit hatte um irgendwas vorab aufzunehmen so das waren über 50 bolgen gewesen und dann einfach der letzte schlag ich drehe mich um stehen da zwei und die warten darauf ist das unglücklich weil nochmal zurück zu kommen eben kurz ich glaube ich habe jetzt seit zwischendurch habe ich natürlich noch was hochgeladen da war ich aber auch schon lange nicht mehr mit internet und allem gesegnet und ja das war schwierig und die fünf sechs wochen oder wie viel das war da irgendwie groß was aufzunehmen war halt nicht möglich leider 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 so viel zeit hatte ich nicht so viel speicherplatz soll ich auch gerade nicht auf die festplatte werden die mal kröp ich glaube ich habe jetzt noch 200 gb auf meiner festplatte frei und ok ok doof gesagt ist ich meine wenn ich dachte ich habe kann ich den schiff in der festplatte löschen ja und habe dann ja auch wieder äh 50 gearbeitet müsste das sein 50 irgendwie so in dem dreh habe ich dann ja auch wieder frei also so ist es ja nicht aber ich weiß nicht wie viel material das ist ich habe jetzt noch zwölf stunden video material gott ey ich habe gar nicht vor mein leben geachtet scheiße ich bin gerade so mit quatschen beschäftigt aber es ist auch ganz gut finde ich nicht dass ich nochmal durch die beiden äh campel männer dadurch muss ich habe mich jetzt mit meinem bild nebenbei ein bisschen konzentrieren ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin nicht ich bin so ich bin es auch nicht ich bin ich bin zwölf stunden video qualität aber das sind ja irgendwie grundvideos ne der muss doch noch geschnitten werden und bearbeitet und 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 äh 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 oh nice hat sehr gut funktioniert ich habe das gefühl nein genau ah ich muss den hier also genau dann geht er wieder zurück den muss ich wieder zurückfahren und jetzt fahr ich nämlich auf die andere seite oh da ist der letzte stein hier ist die nächste arena und ich meine so zwei stunden eine aufnahme so über obs hallo schönheit ja 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 Nein. Oh Gott. gerade aber muss kurz aufpassen ich muss runter gucken weil ich dachte meine katze knabbert am kabel rum jetzt sitzt sie da so ganz unschuldig hallo mit sie ja ich habe jetzt schon 4,8 gigabyte in 16 minuten wenn ich ein video fertig habe in dieser länge habe ich 20 oh ich weiß nicht Ups. Da steht die ganze Zeit greifen, greifen, greifen. Ich habe die ganze Zeit ausweichen. Ja, das war mein Fehler. Eigentlich stand die gesamte Zeit greifen, greifen und ich habe die ganzen Greiftasen durchgedrückt. Aber es ist nichts passiert. Ja, aber ich glaube ich kann ihn auch. Na komm, mach irgendwas, damit ich darauf reagieren kann. Oh fuck. Ah, so viel Leben hat das Ding auch nicht. Oh, Luxi. Jetzt war es so easy. Jetzt war es irgendwie so einfach, aber gefühlt ging es vorher gar nicht so. Also ich habe jetzt viel kürzer drauf geballert als vorher, glaube ich. Aber irgendwie habe ich viel mehr Schaden gemacht. So, den letzten Animus Stone.